Wenn du diese Chipsorte hier anfasst oder isst, brauchst du vielleicht einen Arzt. Die Tortilla-Chips sind laut Hersteller nämlich mit Carolina Reaper und einer weiteren Chili-Sorte gewürzt, die zu den schärfsten der Welt zählen. Allein der Hautkontakt mit dem Pulver auf den Chips kann schon gesundheitliche Folgen haben. Erst vor ein paar Tagen haben Schülerinnen und Schüler in Euskirchen sie bei einer TikTok-Challenge gegessen, bis tatsächlich der Notarzt kommen musste, weil sie zum Beispiel Probleme mit dem Magen, der Haut und den Atemwegen bekommen haben. Auf der Packung des Produkts heißt es übrigens, der Verzehr ist für Kinder, Schwangere und stillende Frauen nicht geeignet.